Ja, okay, ich mach das an, okay? Faro... Das ist Folge 4, oder? Äh, Folge 3. Ne, Folge 4, ja. Ja, okay, das nehmen wir jetzt erst an, und wir joinen 3, 2, 1, so. Wenn ich gejoint hätte. Ich muss, glaub ich, rejoin. Äh, vielleicht bin ich noch ein Short-Wort, ne? Ja, ja. Ja, ich hab jetzt schon wieder FPS, ne? Oh, cool! Das ist knapp. Also, wieviel Dias hast du noch? Sechs. Ich hab sechs Dias. Okay. Und du? Ja, für mich noch. Ja. Aber du bist halt der Goat, weißt du? Ja, aber ich... Dadurch, dass wir eh weiterfahren, ist es egal, wie wir die Erste machen. Weil wir finden hier eh noch welche. Ja, wenn, dann machen wir erstmal unterschiedliche. Ja, schon klar. Aber ich denke, wir werden schnell funktiv. Obwohl die gerade tatsächlich, äh... Emil hat gesagt, die gerade ist ordentlich runtergestört. Das war schon lucky, dass wir so viel gefunden haben. Nimm mal die ganzen Öfen bitte, komm zu dir. Mach das, ich bin gerade in der Käse, ne? Aber ein bisschen Koppel. Ja. Ein bisschen mehr überleben. Ja. Ab, ab. Gib mal nicht so an. Du bist einfach der Beste. Ja, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bist du das? Nein, das ist, äh... Lucky Ponder, schade. Das ist 2. Das ist 2, du. Warte, du hast drin was. Digga, bei mir steht... Wir sind 14 Folgen, bei mir steht Episode 4. Bei mir steht Episode 4. 2. 3. 4. 3. 3. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. TNT-Kanone gemacht. Hab ich auch noch nicht so gesehen. Wow, ich habe schon 16 Gold. Ich hab zwei Gaps. 17. Oh mein Gott, überall Gold. Wenn du stirbst, hätte ich wenigstens gut sein. Aber wenn du, äh, wenn ich sterbe, bist du als Solo. Und du bist nicht leusel, deswegen kannst du es nicht schaffen. Ja. Nein, Spaß, du bist das Leak, du schaffst alles. Ja, du hast ja beim Kling gemacht, als du voll gut bist, du verrückt bist. Ja, du bist voll gut, ne? Ja. Ich bin der Beste. Nach mir. Ich mach jetzt X-Fall-Räume. Spaß. Mach mal. Schau. Ja, okay. Digger, ich vergesse die ganze Zeit mit der ganzen Sachen, hä? Nächstruppe. Jetzt ein bisschen. Okay. Okay. Weil ich ein super toller Mensch bin. Da will ich so die ganze Zeit Lava sehen, aber kein einziges Wasser. Ich brauch noch Wasser. Wir brauchen ja Wasser, damit wir Obby abholen. Tatsächlich. Vielleicht hat ich das nicht erwartet, ne? Ja, ich auch nicht. Das ist mein Lieblings-Twitch-Streamer. Ich stream nicht mal, ne? Doch. Okay, wenn es sagt. Wenn es eigentlich sagt, dass ich stream, dann stream nicht. Das stimmt. Merk-Durchschnitt. Merk-Durchschnitt. Die ist so klein wie du. Wie mein Cock? Ja. Wie groß bist du eigentlich? Äh, 61. Der Typ ist 2 Jahre jünger und so groß wie ich. Äh, die Diene? Ich will nicht sein. Ich hab mich auf Wasser getroffen. Ja, ich bin 14. Oh mein Gott, Auro. Ich bin jetzt 14, ja. Ja. Aber das kann ich glauben. Man denkt immer, ich bin 30. Stimmt. Nein, der Kiel-Sieg ist gejolt. Ja, aber der bist doch auch gezwungen in seinem Duell. Ufaro-Duell. Irgend. Der ist ganz schön gut. Und die Mädchen nicht aus Bayern kommen. Die Mädchen aus Bayern kommen. Der kommt nach oben bei her, Alter. Ehrlich? Ja, aber er kommt aus Bayern. Hey, er ist ja schon gut. Wenn man Bayern ist, ist man toll. Nee. Toll. Wir haben geschlossen als Schwanstein. Cool, oder? Mann, wir sind in München. Eine tolle Stadt. Hast du vielleicht schon mal gehört? Nee, weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Wo bist du her? Niedersachsen. Aber... Aber... Ja, keine Ahnung. Der ist doch so anders umgebildet. Da wohnen nur reiche Schnöse. Ja. Spaß. Ich bin arm, Alter. Ich lebe unter der Brücke mit einem PC ab. Und im Anschluss, natürlich. Ja. 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 Und... Wir haben ihn durch. Nice. Hättest du's nicht? Die Juxusbrücke aus Niedersachsen. Schade, ja. Digga, einer aus meiner Klasse sagt zu einer Autobahn... Zu einer Land... Bundesstraße. Autobahn. Entschuldigung. Also hat sie mal. Ja. Dann ist er los. Mhm. Der ist ein Sieb. Schade. Ich muss morgen nicht zur Schule gehen und übermorgen. Warum das? Weil ich meine zweite Impfung bekomme. Ja, warum musst du denn nicht zur Schule, hä? Ja, weil ich dann zu Hause bleiben darf. Ja. Machst du krank, oder? Hä? Hä? Was sind deine Eltern? Was sind denn deine Eltern für Gönner? Wenn die einfach sagt, ja okay, du glaubst jetzt mit draußen. Hä? Ich hab nicht verlaufen. Egal, wir schreiben nächste Woche... Ey, wir schreiben diese Woche... Schrei... Schrei... Äh... BWR-Schuhaufgabe. Hast du? Welche Klasse bist du noch mal, Leute? Na, Alter. Okay. Oh, nächste Woche schreibe ich Chemie und Physik? Ich hab keinen Bock. Ich füge nur der an. Wir schreiben heute... äh... Wir schreiben... Diese Woche zwei Arbeiten... Mh... Und eine kann ich nicht mitschreiben. Deine Eltern lassen dich zu Hause, obwohl ihr eine fucking Arbeit schreibt. Hä? Okay, übertreib halt komplett. Hä? Wer bist du denn? Privatschule oder was? Digga, darf ich mir erst schon abschreiben? Digga. Naja, wenn man das kann, ne? Da freu ich mich natürlich für dich. Digga, ich bin's nicht mehr zurück zu dir. Ey, wenn man einen Tag durch Schulaufgabe und durch Extras bekommt. 3 und 4... Ey, geht's. Hinter dir ist wer. Bist du das? Hallo, süßer. Äh... Hast du einen Arbeiten? Äh... Nein. Und kannst du mir die Dios geben? Ich hab keinen Arbeiten. Ich mach dann schon mal nen Chest für dich. Hast du einen Arbeiten? Äh, nein. Deswegen hab ich hier gefragt. Und wovon brauchst du die Arbeiten? Warte, lass mal den Arbeiten stehen. Nein, meine Öfen stehen da hinten noch. Du hast eins ist in Ordnung, oder? Äh, ja. Ich entscheide schon, warum mein Eis ist schwer. Dabei hab ich keinen Arbeiten. Was machst du das? Nein, ich geb gleich Arbeiten. Ich hab einen Stack. Ja, du hast gesagt, du hast keinen Arbeiten. Ja, ich hab die ein bisschen veräppelt. Schau mal, wie lustig ich bin, haha. Oh mein Gott, der lustige... Der lustige Varus-Spieler. Der lustigste von allen, oder? Ja. Ja, wenn du nach Bayern kommst, dann schimmst du... Äh, fuhl... Nein, kein... Hä, kein Plan, ich weiß nicht. Müssen wir... Müssen wir mal schauen, ob die Dierer das wirklich unterstellen ist, und was die anderen so sagen, was die für's dafür haben. Ja. Wenn's jemand da ist, ist natürlich gut, dann können wir die petzen, weil wir sagen immer alles, weil wir sind tolle Bürger, und... Aber wir... Wir sollten keine Fights abmachen. Ja, das ist klar, aber... Dür... Also wir dürfen ja nach Stuff fragen, oder dürfen wir einfach nur nicht Stuff callen? Weil... Ja. Natürlich nur, wenn es erlaubt ist. Wenn's nicht erlaubt ist, dann machen wir's nicht. Bist denn, Dad? Jaa... Jaa... Du bist ja... Jaa... Schau, was für ein Freifertmut das ist. Meine Eltern haben aber recht, wenn sie sagen... Äh, äh, haben nicht recht, wenn sie sagen, dass ich ein Durchstück schassel hab. Ich bin überdurchschnittlich schlau. Ehrlich? Nein. Schau doch. Ey, ich glaub, wenn du überdurchschnittlich schlau wirst, willst du keine Varus spielen. Ich weiß nicht, ich... Ich weiß nicht, ich würde dann fiesens Freunde haben, oder so. Ich hab Freunde. Imagine. Und dann in der Varus-Szene, oder so. Das kannst du keinem Menschen erzählen. So eigentlich. Loser ist mein bestgerät. Natürlich. Naja, kann man halt schon nicht auf dem Thoseất Julia haben. Jaa, oh! Hier sieht es aus, aber nice. Aber wie stehen Sie, dass du einen Team hast, also du wirst uns dieses Bill trước complete halt sein? Sööööööö. Ins-ansary. Ver-ver-ver-vor- seas... Richt-vorum, verstehe ich nicht mal... Wie ist das also... Das war schonmal, das ja jeder quasi... Aber wie ist das jetzt schon wieder gekriegt? Äh... Irrenwie... also ich meine ich verstehe es ja aber warum sagt sie jetzt wieder jeder ich habe hier ja auch ich glaube dir ist doch nicht so für untergestattet dass man nachfragen ob das jetzt erzählt und dann wäre es hier ist einfach nichts weil ich dürfte rein also rein theoretisch könnte ich eigentlich nicht mal schauen jetzt zum öffnen wenn jetzt ja wenn wir jetzt ein striker sehen würden ja dann lass ich einfach die auf noch mal gleich an ok ich schon heute sind wir jetzt aber das ist ja gut Keine Ahnung, eine Minute? Ja, kann ich mitbekommen. Lappes, wow. Okay, das noch in der Folge. Tschüss.